Lautsprecher Dein Komm mit Die Stimme ist mal heiß, ne? Die Stimme ist mal mit so verbandskosten so gut alle mittel so heck bei der hammer so gut schrot so gut so gut das ist eigentlich auch so 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 Das ist, äh, das ist doch... Hier. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es! Siehst du das mit dem Beutlein? Versteh das nicht! Tut mir leid! Oh, Mann, stopp! Warum nicht, wenn du zu deinem Zuhause bist? Gib mir das Kind! Du bist glücklich! Du bist glücklich, nehm ich? Ich bin glücklich, hast du das mit dem Beutlein? Ich will ihm den Beutlein sein! Das ist kein Beutlein! Ich bin glücklich, weil wir uns nicht dröhnen. Das ist so viel heutzutage. Das ist so viel heutzutage! Ja, wir sind wieder zusammen. Da drüben! Da drüben! Da wollen wir noch nicht, Relle, gut? Ja, wollen wir noch nicht. Soh! Jöns! Jöns! Du 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 ähm und das Maximale erben, du kommst und den! Gut. Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Denk dran, Junge. Ohne Einsatz der Forschungskamera kommen wir nicht an Grace hier an. Und das heißt, wir sitzen hier fest. Film einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn. Blöp! Ohne Here! Ode! Ich bin der Nachfuhsäge. Ich habe auch keine Eifens. Ich bin der Nachfuhsäge. Ich bin der Nachfuhl. Ah! Ah! Siehst du? Ah, der Klappe ist in der Nähe. Nein, 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 nein... Da geht's lang! Wir haben es gefunden! Wir haben es gefunden. Ich... Oh shit, oh shit. Das war's für heute. Die nehm's jetzt mit. Bringst du mich auch nach Hause? Juhu! Ja, nein, das ist einer für mich. Ja. Ich halte dich jetzt an. Ja, 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 ja. Danke! Danke! Die Big Sister, super. Das ist schon wohl Big Sister. Ich habe mir gerade etwas aufgehört. Das ist ja schon bei der Schlange. Ich kann Big Sister nicht sagen. Warte mal! Warte mal! Warte mal! Da ist einer von diesen Giganten! Wirf die Kamera an! Filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Auf! Sieh einmal an, Junge. Du bist ja ein richtiger Profi-Filmer. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahne dir einen Weg durch den Schutt. Hast du schon, dass wir noch ein Satz hier schicken? Ja, ja, falsch. Ey, du bist Queer-Stimme. Ich hoffe, ehrlich. Hier, Vater. Du entwickelst dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Hypnotisieren. Hypnotisieren Sie Ihre Gegner. Viel Spaß, wenn Sie sich gegenseitig bekämpfen. Ich bin die Geschichte. Oh, ich bin schon. Oh, ich bin dein Lieber. Ich bin dein Lieber. Ich bin dein Lieber. Also wir können doch gerade auf dem Plan treiben, wenn ihr auch die Big Sisters so da macht und passt. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden. Einen Grund, neuen Atem zu schöpfen. Frage dich, Bertha. Hast du es verdient, ihr das zu nehmen? Oh nein, unser Geist. Nein, 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 nein. Was? Was denn... Nein. Ich habe Gerüchte gehört. Es ist kaum zu glauben, aber anscheinend hält irgendwer namens Wales unten in der Siren Alley Gottesdienste ab. Alle Religionen und Glaubensbekenntnisse sind willkommen, heißt es. Sie machen große Versprechungen, Erlösung und Sterblichkeit und einen Weg hier raus. Es ist mir egal, wie verrückt das klingt. Wenn Ausweckerswrencher ist Musik in meinen Ohren, nächsten Sonntagmorgen werde ich da sein. Lass dich erlösen! Ich habe das Künstler und das Impressions, das ist mir sicher. Jetzt bin ich schon. Sie sind. 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 Das ist doch nieder! Au! Gibt's doch nicht! Die Big Sister möchte doch diese Pana legen! Die Pana-Einstoße bekommen noch ein... Sie ist tot